Bio-Sanitizer, die ökologische Lösung für jede Herausforderung. Für den Dentalbereich bietet Saniswiss die umweltfreundliche Alternative zu klassischen aggressiv-chemischen Produkten. Ich bin Umweltzahnmediziner. In meinem Patientengut befinden sich sehr viele Patienten mit chronischen Erkrankungen. Erkrankungen wie Allergien, Reaktionen auf Chemikalien und Duftstoffe. Insofern war ich froh, ein Raumdesinfektionsmittel gefunden zu haben, das ohne Rückstände desinfiziert, das meine Patienten nicht weiter belastet. Weiterhin ist es so, dass ich auch bei meinen Mitarbeitern sehr viele Atopiker habe, die ebenfalls in der Vergangenheit auf viele Desinfektionsmittel reagiert haben. Perfekt finde ich den Bio-Sanitizer, weil damit können wir den Raum desinfizieren. Meine Mitarbeiter müssen nicht anwesend sein und wir bekommen wirklich eine desinfizierte Praxis bis in die letzte Ecke. Um die Produktpalette abzurunden, bietet Saniswiss viele weitere ökologische Bio-Sanitizer-Produkte für die Zahnarztpraxis. Wie zum Beispiel zur Handdesinfektion, Instrumentendesinfektion oder Aspiration. Bio-Sanitizer. Die grüne Alternative.